Oh, ich habe endlich die Brezelpizza von Original Wagner bekommen. Brezelpizza? Das klingt aber gut. Ich will probieren. Tja, du bekommst nichts. Mama! Was ist denn hier schon wieder los? Ich habe mir eine Pizza gemacht und jetzt will er mir die wegnehmen. Das stimmt doch gar nicht. Tom, du gibst deinem kleinen Duder jetzt sofort die Pizza zurück. Das kann doch echt nicht wahr sein. Danke, Mama. Möchtest du denn Tom auch ein Stück abgeben? Aber natürlich, Mama, gerne. So löst man Konflikte. Ich bin so eine gute Mutter. Darf ich auch ein Stück probieren? Wer sind sie? Ah, schon gut.